Hallo, Frank Sackenheim ist mein Name und ihr schaut in Astrofotocast. Heute geht es ums Thema Stretching oder Stretchen. Das ist keine Dehnübung für Astrofotografen, wenn man nachts in der Kälte steht. Nein, unter Stretchen versteht man eine bestimmte Technik in der Bildbearbeitung, insbesondere von Deep-Sky-Fotos. Und die möchte ich euch heute mal eher von der theoretischen Seite erklären. Also, los geht's. Wenn ihr diesen Kanal von Anfang bis Ende durchgeschaut habt, dann werdet ihr feststellen, dass es schon ein paar Videos zum Thema Stretchen oder Stretching gab. Und sogar das allererste Video, was ich jemals auf YouTube hochgeladen habe, das handelte, ich glaube es war das erste, handelte auch vom Thema Stretching. Zwischendurch habe ich mal ein Video gemacht vor zwei, drei Jahren, Bildbearbeitung für Anfänger, wo ich auch erkläre, wie das in der Praxis denn eigentlich funktioniert. Ich möchte heute neben der Praxis hauptsächlich mal die Theorie dahinter erklären, denn ich glaube, es ist wirklich fundamental wichtig, dass man versteht, warum man diesen merkwürdigen Schritt in der Bildbearbeitung macht. Denn wenn ihr aus der Fotografie kommt und Tageslichtfotos macht, dann müsst ihr nie irgendwelches Stretching-Algorithmen bemühen, um eure Bilder zu stretchen und überhaupt irgendwas sehen zu können. Ihr öffnet ein Bild in der Bildbetrachter-Software oder eine Bildbearbeitungssoftware und das Bild ist gleich da und dann kann man noch ein bisschen was verbessern. Und das war es dann. In der Deep-Sky-Fotografie ist das komplett anders. Wenn man das Bild zum ersten Mal öffnet, sieht man nichts oder man sieht Dinge, die man so nicht erwartet hat. Ich erkläre euch gleich, was ich damit meine. Gerade für Anfänger ist es schwer nachvollziehbar. Man macht nachts seine Aufnahmen, sieht auf dem Display der Kamera seine Galaxie, seinen Nebel und dann kommt man nach Hause, stackt die Bilder und wenn das Stacking-Programm nach Stunden vielleicht fertig ist, dann bekommt man auf dem Display des Computers plötzlich ein total schwarzes Bild angezeigt. Das hat nichts mehr damit zu tun, wie das im Display aussah. Man kann nichts erkennen, keine schöne Galaxie, keinen schönen Gasnebel. Man erkennt vielleicht nur komplett dunkles Bild mit den allerhellsten Sternen vielleicht oder man bekommt ein komplett grünes Bild. Viele Anfänger sagen dann auch, dann probiere ich mal eine andere Software, das kann ja so nicht sein und schimpfen dann über die Stacking-Software und sagen, diese Software ist Mist, weil die stellt mein Bild ja überhaupt nicht so dar, wie ich es eigentlich erwarte. Dass das so nicht stimmt, darum geht es unter anderem in dem Video heute. Ja, was immer wieder spannend ist, ist, wenn man zum Beispiel mal ein Tageslichtfoto nimmt und öffnet das in einer astronomischen Bildbearbeitungssoftware. Dann stellt man plötzlich fest, okay, auch da wird dieses Tageslichtfoto überhaupt nicht so wiedergegeben, wie man es eigentlich erwarten würde. Und man denkt, was ist denn da los? Dieses Software ist ja totaler Mist. Also ich habe hier zum Beispiel mal ein Bild, wirklich ein Tageslichtfoto in der Software Pixelnzeit geöffnet und man sieht, das Bild ist komplett grau. Das ist schwarz-weiß, da ist keine Farbe drin und man hat größte Not überhaupt zu erkennen, was auf dem Bild überhaupt abgebildet ist. Und selbst wenn ich ein sogenanntes Debearing durchführe, wo aus diesem schwarz-weiß-Bild dann ein Farbbild wird, dann ist es immer noch dunkel und es ist total grün. Ja, und ja, was ist da los? Ja, wir wissen doch aus Erfahrung, wie ein Bild aussehen muss. Also wenn wir mit unserem Handy fotografieren oder mit irgendeiner Kamera fotografieren, dann sehen die Bilder doch immer gut aus. Warum sieht dieses Bild jetzt nicht gut aus? Ja, selbst wenn wir ein Bild öffnen in unserem Dateibrowser, also zum Beispiel in Windows und gucken uns diese Vorschau-Bilder an, die sehen alle immer in Ordnung aus. Wir sehen genau das, was wir sehen wollen. Und das ist genau das Ding. Ich sage immer so ein bisschen, das ist wie in dem Film die Matrix. Uns wird was vorgemacht. Die Bilder sehen gar nicht so aus, beziehungsweise die Kamera sieht die Bilder gar nicht so. Was die Kameras und sogar unsere Computer uns immer zeigen, ist genau das, was wir sehen wollen. Also, ihr habt jetzt die Wahl, ihr könnt die grüne oder die blaue Pille haben. Wenn ihr die blaue Pille nehmt, dann lasse ich euch in dieser Illusion. Wenn ihr die rote Pille nehmt, dann geht es ab in den Hasenbau. Und dann werde ich euch in die tiefen Abgründe der digitalen Fotografie führen. Dies ist deine letzte Chance. Danach gibt es kein Zurück. Ja, genau wie in dem Science-Fiction-Film Matrix sind unsere Bilder in Wirklichkeit total dunkel, total grün, total unansehnlich. Was ist der Grund dafür? Man muss ausholen. Also, wie funktioniert das menschliche Sehen? Wenn ihr zum Beispiel draußen in der Natur steht und ihr schaut euch einen Sonnenuntergang an, dann seid ihr in der Lage, die relativ helle Sonne zu sehen. Und ihr seht aber auch noch ganz gut eigentlich, was so im Vordergrund, im Dunkeln, im Gebüsch oder in der Landschaft so los ist. Oder auch hier, ich habe jetzt hier so einen Scheinwerfer, wenn ich da reingucke, irgendwie, ich muss ein bisschen die Augen kneifen, aber ich sehe eigentlich auch hinten in den dunklen Vorhängen und so, sehe ich auch noch Details. Das heißt, ich kann hell und dunkel mehr oder weniger gleichzeitig wahrnehmen. Man sagt, dass der Mensch in der Lage ist, logarithmisch zu schauen. Logarithmus, ein Begriff aus der Mathematik, wird immer dann angewandt, wenn wir Werte haben, die schnell steigen, schnell ansteigen oder schnell abfallen. Dann beschreiben wir das mit einem Logarithmus. Also hier, helle Lampe, Sonnenuntergang, helle Sonne und so. Ja, das bezeichnet sozusagen dieses Logarithmische, diese logarithmische Wahrnehmung. Sehr helle Dinge und gleichzeitig sehr lichtschwache Dinge gleichzeitig wahrnehmen. Das kann unser Auge bzw. unser Computer dahinter, das Gehirn. Digitalkameras besitzen diese Fähigkeit nicht. Ihre Wahrnehmung ist streng linear. Das bedeutet, alles, was draußen an Licht auf den Sensor auftrifft, führt dazu, dass ich auch im Bild nachher eine ganz gleichmäßige Helligkeitssteigerung habe. Würde ich das also auftragen, das, was reinkommt und das, was mir die Kamera ausspuckt an Helligkeiten, ja, in einem wirklichen RAW-Bild, dann wäre das eine Linie, es wäre ein streng linearer Zusammenhang. Das, was reinkommt, ergibt im gleichen Maß immer das, was rauskommt. Wenn man jetzt so ein Bild auf dem Computerbildschirm darstellen würde, müsste man aufpassen, dass die hellen Bereiche nicht überbelichtet dargestellt werden. Also würde ich mich darauf konzentrieren, die hellen Bereiche gut darzustellen. Und dann würde aber der ganze Rest, der weniger hell ist, komplett dunkel erscheinen. Und genau das sehen wir, wenn wir so ein Bild mal wirklich als RAW betrachten. Wir sehen nur die allerhellsten Bildanteile und alles andere ist viel zu dunkel für den Bildschirm, als dass wir es sehen könnten. Es ist aber da und das ist das Interessante. So, das heißt, immer dann, wenn ich mit meiner Digitalkamera, mit dem Smartphone, mit irgendeiner Kamera ein Bild aufnehme, wird intern das Bild schon so umgerechnet, dass es unserem menschlichen Seheindruck entspricht. Das heißt, die dunklen Bildbereiche müssen stärker angehoben werden, wie die hellen Bildbereiche. Außerdem wird diese ganze Farbstichgeschichte durch die vielen grünen Pixel, die in so einer Kamera drin sind, auch noch korrigiert. Das heißt, wir bekommen auch gleich schöne Farben. Das heißt, die Kamerahersteller sorgen immer dafür, dass wir ein Bild bekommen, wie wir es erwarten. Das kommt natürlich aus der ursprünglichen Fotografie aus Film. Da haben wir ja auch fotografiert und das Bild sollte so aussehen, wie wir es eben erwarten, wie die Natur um uns herum eben auch aussieht. Genau das wird quasi in den Kameras simuliert. Und das zieht sich auf allen Ebenen durch. Also, wenn wir Adobe Lightroom öffnen, dann irgendwie so, sogar, obwohl es ein RAW ist, sogar, wenn wir ein RAW öffnen, wird es gleich schon von so einem sogenannten RAW-Converter so dargestellt, wie wir es erwarten. Klar können wir dann noch ein bisschen Bildbearbeitung machen, keine Frage. Aber erstmal sieht das schon gut aus. Farblich und von den Helligkeiten her ist alles so, wie wir es erwarten würden. Sogar im Dateibrowser, also wenn wir Bilder anschauen, irgendwie in einem Folder, in einem Dateiordner, auch da werden uns die Bilder schon so angezeigt. Kein Kamerahersteller würde hingehen und sagen, wir zeigen euch das wirkliche RAW. Ist also tatsächlich so ein bisschen, dass uns eine Welt vorgemacht wird. Verantwortlich dafür sind relativ kleine Programme. Das sind die sogenannten RAW-Converter. Die sind in Lightroom drin, die sind in Photoshop drin, die sind sogar in Windows drin. Und die werkeln eigentlich auch in den Astro-Softwares drin rum. Nämlich dann, wenn wir irgendwie mit unserer Astro-Software ein Bild einer DSLR bearbeiten wollen. Auch da brauchen wir einen RAW-Converter. Jetzt könnte man als Astro-Fotograf aus Anwender-Sicht natürlich auch sagen, warum machen die das denn in den astronomischen Bildbearbeitungssoftware? Nicht auch so, dass die Bilder da schon so angezeigt werden, wie wir es erwarten. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Also die Tatsache, dass unsere Kameras ein lineares Verhalten zeigen, ist total genial für Astronomen. Denn dadurch können wir extrem genaue Helligkeitsmessungen am Nachthimmel durchführen. Nennt man Fotometrie. Und damit können sogar Amateur, Astrofotografen oder Amateur-Astronomen zum Beispiel veränderliche Sterne messen. Wir können sogar heutzutage Exoplanetendurchgänge mit Amateurmitteln nachweisen. So, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die, dass immer dann, wenn wir zum Beispiel irgendwelche Bildberechnungen vornehmen, also wenn wir zum Beispiel das Bild vom Dunkelstrom befreien wollen oder wenn wir das Bild von der Vignette befreien wollen, also dann, wenn wir Flats dividieren, Darks abziehen, wenn wir irgendwelche Berechnungen vornehmen, dann müssen wir das in diesem linearen Zustand machen. Wir können nicht schon an den Werten in dem Bild rumhantieren und dann diese Vorgänge machen. Dann wird alles kaputt gehen. Also wir könnten gar keine vernünftige Bildkalibrierung mehr machen. Das heißt, die komplette Bildkalibrierung muss im sogenannten linearen Zustand stattfinden. Deswegen zeigen uns die Programme die Bilder auch so an, wie sie sind, nämlich linear. Und jetzt erkennt ihr vielleicht, okay, das ist die richtige Darstellungsweise. So, jetzt wisst ihr, was ein lineares Bild ist. Der nächste Begriff, den wir klären müssen, ist das sogenannte Histogramm. Was zeigt uns ein Histogramm? Ein Histogramm ist eine grafische Darstellung, die uns die Häufigkeit zeigt, wie oft bestimmte Pixel, also Pixel einer gewissen Helligkeit in einem Bild vorhanden sind. Und ein Histogramm für ein Deep-Sky-Bild sieht immer ganz typisch aus. Ich hole mal ein bisschen aus und ich zeige euch erstmal eine normale Tageslichtfotografie und erkläre euch das Histogramm daran. So, ich habe hier das Bild jetzt mal wirklich so geöffnet, wie es dann entwickelt auch aussieht. Hier oben links ist jetzt das Histogramm. Im Histogramm ist es so, dass ganz links auf der x-Achse hier ist sozusagen schwarz. Also hier diese Ecke links unten, die ist komplett schwarz. Und hier rechts unten auf der x-Achse oder rechts oben auf der x-Achse, dort wäre komplett weiß. So, wir sehen, dass verschiedene Berge hier in dem Histogramm drin sind und wir können uns auch einigermaßen ausmalen, was das ist. Wir sehen zum Beispiel hier einen ersten Berg und ja, der ist mehr oder weniger, sind hier alle drei Farbkanäle gleich hoch. Und übrigens zeigt die Höhe dieser Berge an, wie viele Pixel einen bestimmten Intensitätswert, nämlich genau den, die wir hier unten auf der x-Achse ablesen könnten, wenn hier eine Zahl stünde, wie viele Pixel es davon gibt. Also es gibt relativ viele hier beim ersten Gipfel, gibt es relativ viele Pixel in einem mittleren dunklen Grau. Was ist das? Das ist mein T-Shirt hier und ich kann jetzt mal in Adobe Photoshop die Gradationskurve aufmachen und dann kann ich mit dem Color Picker Tool auch hier mal reingehen. Und dann sehen wir, wenn ich hier über das T-Shirt gehe, sehen wir genau diesen Berg. So, was haben wir noch? Wir haben zum Beispiel hier hinten diesen, ich nenne es mal Vorhang und wir haben den Himmel hier hinten. Also das sind Werte, das sind, würde ich sagen, mittlere Grauwerte, die sind relativ in der Mitte vom Histogramm, davon gibt es ganz viele. Wir haben ganz, ganz viele mittelhelle Flächen im Bild hier drin und dann haben wir hier irgendwie noch vielleicht, ja, ein bisschen etwas helleres Grün. Und sobald das hier in das Weiße, zum Beispiel der Montierung geht, dann sind wir auch schon ziemlich rechts am Anschlacken. Wir sehen auch hier so einen kleinen Gipfel. Wir haben also relativ viele sehr helle Werte hier im Bild drin. So, und hier ist jetzt ein Deep-Sky-Foto und das sieht so aus, wie ich es vorhin schon mehrfach beschrieben habe. Man sieht eigentlich nur so ein paar helle Punkte, ansonsten ist das Ding komplett schwarz. Hier ist das Histogramm und selbst wenn ich jetzt hier dieses Häkchen setze und das Bild hier quasi in diesem Histogramm angezeigt werden soll, sieht man kein Histogramm. Ich weiß, ich kann es einigermaßen sehen, ich glaube ihr seht es gar nicht auf dem Bildschirm, aber hier ganz, ganz, ganz links, dort ist doch irgendwas zu sehen in dem Histogramm. Und ich ziehe das jetzt mal auseinander. So, wenn ich jetzt reinzoome, dann sieht man hier diesen typischen Hügel. Das ist ein typisches Histogramm für Deep-Sky-Bilder und dieser Hügel übrigens, der repräsentiert überwiegend eigentlich den Himmelshintergrund. Das heißt, unsere eigentliche Bildinformation, Galaxien, Nebel und sogar die hellsten Sterne, die sind hier in diesem Histogrammbereich, der hier unten, das sieht man gar nicht kaum. Ich sehe das nur ganz, ganz, ganz klein ansatzweise, sieht man hier irgendwie ganz kleine Bereiche. So, anhand dieses typischen Histogramm für Deep-Sky-Bilder habt ihr jetzt gesehen, dass der eigentliche Bereich, wo unsere Bildinformation liegt, die wir haben wollen, Gasnebel, Galaxien und so, der ist ganz, ganz, ganz schmal. Und damit wir das jetzt auf dem Bildschirm darstellen können, müssen wir dieses Histogramm auseinanderziehen. Ich habe hier, das habe ich in einem anderen Video schon mal verwendet, so eine kleine Spirale mitgebracht und so sähe also unser Histogramm im linearen Bild aus. Wir müssten jetzt irgendwie dieses Histogramm auseinanderziehen. So, das machen wir aber nicht so gleichmäßig wie hier mit der Spirale, sondern jetzt gehen wir hin und komprimieren die sehr hellen Bildanteile. Die lassen wir also mehr oder weniger ja gleich, so wie sie sind. Nur diese dunklen Bildanteile da, wo die interessante Information für uns drinsteckt, die ziehen wir auseinander. So, und das ist genau das, was wir mit dem Stretching machen. Und das ist eben kein linearer Stretch. Wir ziehen nicht das Histogramm gleichmäßig auseinander, sondern in den Höhen, in den Lichtern komprimieren wir eher das Ganze. Und in den tiefen Bereichen, da ziehen wir es extrem auseinander. Das heißt, wir brauchen zum Stretchen keine Gerade, keine Linie, sondern wir brauchen eine Kurve, die in den tiefen Bereichen ganz stark ansteigt und dann zu den Höhen hin immer weiter abflacht. Und dadurch kommt dann eben dieser Stretch zustande. So, und dieses anschauliche Beispiel, was beim Stretchen eigentlich passiert, das habe ich hier klaut bei Adam Block, der auch ganz tolle Videos zum Thema Stretching gemacht hat. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Ich habe hier einfach mal einen sogenannten Graukeil genommen. Hier sind also die verschiedenen Bildwerte deutlich getrennt. Man sieht, hier ist es schwarz, dann ist es dunkelgrau. Man sieht zwischen diesen einzelnen Helligkeitswerten Stufen. Ja, und das ist nicht wie bei unseren Bildern, wo man diese Stufen idealerweise nicht sieht. Und wenn ich jetzt hier mal diese Stufen anzeigen lasse im Histogramm, dann sieht man, jeder einzelne dieser Bereiche hier entspricht einem solchen Peak. Und das ist dann eben auch die typische Verteilung, die Histogrammverteilung. Und wenn ich jetzt mal hier diesen Regler nach links ziehe, also aus dieser geraden Linie eine sogenannte, man nennt das Gradationskurve oder überhaupt Kurve oder eben ja das Stretching durchführe, dann seht ihr eben das, was ich gerade mit dieser Feder demonstriert habe. Nämlich, dass diese unteren Werte hier, dass die weit auseinandergezogen werden und die hellen Werte, also das, was hier rechts im Bild ist, dass die, man nennt das, komprimiert werden, also zusammengeschoben werden. Und das ist genau, was beim Stretching passiert. Wenn ich das jetzt hier aufs Bild anwende, sieht man das auch im Bild nachher. Ja, ihr seht, dass hier zum Beispiel in den hohen Bereichen ich jetzt gar keinen Kontrast mehr habe. Ich kann nicht mehr unterscheiden zwischen dem Wert hier zum Beispiel, dem Helligkeitswert und dem Helligkeitswert hier. Aber in den Bereichen, wo es interessant ist, dort, wo zum Beispiel der Himmelshintergrund ist und meine schwachen Gasnebel oder Ausläufer einer Galaxie, da habe ich auf einmal einen höheren Kontrast und kann jetzt diese Details deutlicher voneinander trennen. Und genau das ist der Sinn und Zweck des Stretchings. So, jetzt mal wieder mit einem Real-World-Example, also mit meinem Astro-Bild von vorhin und ich mache das hier nochmal. Und diese Kurve sagt nichts anderes, wie, dass die unteren Bildbereiche sehr, sehr, sehr stark angehoben werden. Dann gibt es hier irgendwann so einen Knick in der Kurve und die hellen Bildbereiche, die werden dann gar nicht mehr stark angehoben. Ja, und möglichst, diese Kurve sollte möglichst auch unter dem Anschlag hier oben bleiben, damit eben keine hellen Bildbereiche ausbrennen. Manchmal muss man zwei Durchgänge eines solchen Stretches machen. Ja, hier sieht man jetzt noch nicht so viel, aber es kommt schon was. Wenn ich jetzt so einen zweiten Durchgang hier mache, dann kommt das Objekt zum Vorschein. Und auch hier nochmal, ich kann mit der Maus jetzt mal ins Bild fahren. Mir ist das wichtig, euch noch einmal zu zeigen. Wenn ich mit der Maus ins Bild hinein klicke, dann seht ihr im Histogramm hier rechts so eine Linie. Und ihr seht, hier, wo dieser Dunkelnebel ist, das ist Himmels Hintergrund. Dieser Berg, den man typischerweise in Deep Sky Bildern hat, das ist der Himmels Hintergrund. Ein Bild besteht überwiegend aus Himmels Hintergrund. Wenn ich jetzt mal in diesen Nebel hier reinfahre, dann seht ihr, das ist in dem flachen Teil des Histogramms schon. Und auch hier die hellsten Nebelbereiche, die sind dort oben, wo man eigentlich gar nicht mehr sieht, dass da irgendwas ist. Wenn wir ein Bild dann so bearbeiten, sehen wir tatsächlich nachher auf dem Bildschirm die Gasnebel oder Galaxien, Ausläufer, Galaxienarme, angenehmen, einer angenehmen Helligkeit und die Sterne sind aber auch irgendwie noch angenehm hell. Die sind nicht komplett dicke, helle, weiße Flatschen, sondern ja, wir haben eigentlich einen Seheindruck, der unserem menschlichen Auge eben entspricht. Wie ich ganz am Anfang gesagt habe, wir sehen helle und nicht so helle Bildanteile in einem Verhältnis, was wir als eben natürlich empfinden. Was jetzt nicht mehr funktioniert, wenn wir ein Bild dann so gestretched haben, ist, dass wir tatsächlich Aussagen über die Helligkeit treffen können. Denn wir haben jetzt die Helligkeiten manipuliert im Bild. Das heißt, wir können jetzt keine Fotometrie mehr machen, ja, keine wissenschaftliche, genaue, quantitative Aussage darüber treffen, wie hell ein Objekt ist. Da mache ich jetzt kurz einen Exkurs. Also um dieses Dilemma sozusagen zu umgehen, gibt es in allen astronomischen Bildbearbeitungssoftware dann eben auch die Möglichkeit, dass wir ein Bild nur quasi zur Ansicht auf dem Bildschirm in der Helligkeit verändern, die wahre Bildinformation aber nicht verändert wird. Sowas nennt man dann einen Screen Stretch. In der Software PixInsight gibt es diese Funktion Screen Transfer Function, STF, die genau das macht. Das Bild wird also heller dargestellt. Wir sehen alles, was wir sehen wollen, aber die Bildwerte in dem Bild, wenn wir mit der Maus da reingehen, ja, die bleiben erhalten. Wir können also gleichzeitig sehen, was in dem Bild los ist und messen. Das ist für Profi-Astronomen natürlich sehr wichtig. Und dann, wenn wir Bildbearbeitungsschritte machen wollen, die wir eben ja im linearen Zustand machen müssen, dann ist das natürlich auch wichtig. Und das ist oft verwirrend, ja, auch wieder für Anfänger, die sehen dann so ein Bild und sehen, ach, das sieht ja jetzt toll aus, warum kann das so nicht bleiben? Dann wird es abgespeichert und dann ist es wieder dunkel. Das heißt, es gibt einen permanenten Stretch, also wo man sagt irgendwie, okay, ich wende jetzt diesen Stretch auf das Bild an, verändere das Bild damit und dann sieht es nachher in anderen Programmen eben auch heller aus. Oder es gibt halt nur diese Bildschirmansicht. Ja, noch verwirrender ist, dass einige Programme das schon ganz automatisch machen, sobald ich ein Bild eröffne, wird das schon gemacht. In anderen Programmen muss ich da erst ein Häkchen irgendwo setzen. Ja, das ist einfach verwirrend. Aber wenn man weiß, dass es so ist, dann kann man sich auch mal auf die Suche machen, sagen, ja, hier ist wahrscheinlich gerade ein Screen Stretch an oder so. Und das kann ich ja mal ausstellen, anstellen und so weiter und so fort. Das sind dann eben auch spezielle Eigenarten der Software. Ja, ein anderer Effekt, der dann noch hinzukommt bei diesem ganzen Stretchen, ist die Sache mit der Bit-Tiefe und der Dynamik. Das habe ich vor zwei Wochen schon in einem Video erklärt. Ich gehe da jetzt nicht nochmal groß drauf ein. Ja, aber muss man natürlich auch dazu sagen, dass unsere Bildschirme eigentlich nur 8-Bit darstellen können und diese linearen Bilder aber eine viel höhere Bit-Tiefe haben. Wie gesagt, das Thema Bit-Tiefe habe ich vor zwei Wochen schon erklärt. Das müsste man hier auch im Detail erklären, wenn man es genauer nimmt. Aber dann wird das Video noch länger dauern. Ja, diese Streckkurve oder diese Stretchkurve, die wir da immer erstellen mit unseren Reglern, die funktioniert nicht in allen Programmen oder in allen Methoden gleich. Es gibt durchaus Unterschiede, wie diese Kurve jetzt berechnet werden kann. Ja, da gibt es zum Beispiel in PixInsight gibt es die Histogramm Transformation. Das ist ja nach einer ganz eigenen Formel wird diese Kurve da berechnet. In der Software Photoshop sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Dann gibt es Methoden wie DDP. DDP wird zum Beispiel angewandt in der Software AstroPixel Prozessor. Dann gibt es relativ neu. Generalized Hyperbolic Stretch ist eine Methode. Ja, die haben alle noch so ihre speziellen Eigenarten. Aber nochmal, wie diese Kurve berechnet wird, ist dann häufig unterschiedlich. Manchmal verbirgt sich auch die gleiche Kurve hinter verschiedenen Begriffen. Und ich blende euch hier mal eine Grafik ein. Die hat einen Zuschauer dieses Kanals dankenswerterweise für mich gemacht. Ich hätte das gar nicht gekonnt. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Und da seht ihr, dass diese verschiedenen Kurven, die es da gibt, durchaus einen Unterschied oder Unterschiede haben im Verlauf dieser Kurve. Und das hat natürlich Auswirkungen danach, wie nachher das Bild aussieht. Also bei der einen Kurve sind die Sterne vielleicht ein bisschen kleiner. Bei der anderen Kurve wird dafür aber der Galaxienausläufer oder der Kern besser dargestellt. Und da muss man ein bisschen ausprobieren. Da hat jeder so auch seine eigene Methode. Dann gibt es Software wie PixInsight, wo man eine große Auswahl an solchen verschiedenen Stretch-Methoden hat. Und in anderen Software hat man keine Auswahl. Das ist dann eben auch so. Ja, wie man jetzt so ein Bild richtig stretcht, das ist mittlerweile auch eine Wissenschaft für sich. Ich würde euch erstmal empfehlen, mit einer Software zu arbeiten, mit einer Stretch-Methode. Und es nicht zu kompliziert zu machen und zu viel zu wollen am Anfang. Es ist dann auch so, dass unsere Sehgewohnheiten, die ich ganz am Anfang erklärt habe, ihre Grenzen haben. Also wir können nicht in die pralle Sonne gucken und wirklich 100% alle Details im Dunkeln aussehen. Wir sehen das einigermaßen gut, aber nicht perfekt. Ja, ansonsten müssen wir ein HDR-Bild erstellen da oben in unserem Computer. Das heißt, unsere natürliche Sehgewohnheit hat da auch so ihre Grenzen. Wenn ich jetzt Astrofotos zu Tode bearbeite, die Sterne ganz, ganz klein und schwach mache in der Helligkeit, dass die irgendwie die gleiche Helligkeit wie ein Gasnebel haben und den Gasnebel dann völlig hell darstelle, dann sieht das nachher alles künstlich aus. Und um ganz ehrlich zu sein, viele Astrofotos sind heutzutage wirklich bis zum Ende so bearbeitet, dass wirklich mehr oder weniger alles die gleiche Helligkeit im Bild hat. Und das sieht für meinen Geschmack nicht mehr gut aus. Und ich glaube, das auch begründen zu können dadurch, dass das eben nicht der gewöhnlichen oder dem natürlichen Seheindruck des Menschen entspricht. Also als Anfänger muss man da eh erstmal ein bisschen üben und so seinen Weg finden. Und wenn man dann schon fortgeschrittener ist, kann man natürlich versuchen, diese Grenzen noch so ein bisschen auszuloten. Mein Credo ist, übertreibt es dabei einfach nicht. Ja, das war ein sehr theorielastiges Video. Ich fürchte auch, dass es sehr lang geworden ist. Aber ich hatte es schon gesagt, ich habe mehrere Videos schon gemacht, auch welche, die eher praxisorientiert sind. Ja, und ich hoffe, dass ihr vielleicht durch diese theoretische Betrachtung nochmal so einen anderen Blickwinkel bekommen habt auf das Thema Stretchen. Wenn euch das gefallen hat, dann hinterlasst mir ein Like. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns ganz sicher bald wieder. Bis dann. Tschüss.